Leute, sehen wir bald den größten Supply-Schock, den größten Angebotsschock in der Historie von Bitcoin auf und zu rollen? Naja, aktuell steuern wir direkt darauf zu, Leute, denn die Sellside-Liquidität, die Bitcoins, die aktuell zum Verkauf stehen, die sehen jetzt in Relation, im Vergleich zum Demand, zur Nachfrage, ein neues Allzeittief. Die institutionelle Nachfrage, vor allem die der Bitcoin-Spot-ETFs, überragt das Angebot, gerade gigantisch. Gestern sehen wir beispielsweise erneut über 200 Millionen US-Dollar in die Bitcoin-Spot-ETFs fließen und wie lange dieses Angebot, dieser gigantischen Nachfrage noch standhalten kann, darüber werden wir im heutigen Video sprechen. Wann können wir mit diesem Supply-Schock rechnen und vor allem, was wird dann mit dem Bitcoin-Preis passieren, wenn auch noch zusätzlich dazu jetzt das Halving in Bitcoin in knapp drei Wochen hinzukommt und die ersten Bitcoin-Spot-ETF-Anträge aus dem asiatischen Raum, aus Hongkong hinzukommen. Genau darüber werden wir im heutigen Update-Video sprechen. Dazu noch eine kurze knackige Chart-Analyse hier zu Bitcoin, nächsten Preis-C-Level, nächster Nachkauf-Level, als auch das Ganze für Ethereum, das bekommst du ebenfalls an die Hand. Von daher unbedingt bis zum Ende dranbleiben, falls dir das heutige Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du neu hier bist auf der Crypto Wall Street, lass gerne das kostenlose Abo da, starte jeden Tag, bestens vorbereite mit uns in den Training-Tag und lerne jede Menge rund um das Thema Crypto und Training dazu. Wir verschwenden keine Zeit, legen direkt los, let's go! Und damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street, dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und Leute, heute ein durchwachsener Tag hier auf den Crypto-Märkten. Allen voran Top-Gainer heute, BCH, Bitcoin Cash und Dogecoin. Und alle diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, hier zwei wichtige Informationen. Warum pumpen Bitcoin Cash und Dogecoin heute, beziehungsweise auch die letzten Tage? Bitcoin Cash hat ebenfalls ein Halving. Kurz bevorstehen, am 4. April ist es soweit. Und ebenfalls hat Coinbase bekannt gegeben, vor gut einer Woche, dass sie Future-Kontrakte sowohl von Bitcoin Cash als auch von Dogecoin und Litecoin launchen werden. Denn in diesem Fall sind es direkte Offsprings, direkte Forks von Bitcoin. Da haben wir klare regulatorische Klarheit. Und in diesem Fall sollten auch Dogecoin, Bitcoin Cash und Litecoin als Commodities werden. Das ist ja aktuell dieser Streit zwischen CFTC und SEC. Gestern drüber gesprochen, heute lasst uns fokussieren auf das Chartbild von Bitcoin und Ethereum. Und vor allem direkt starten mit dem bevorstehenden Supply-Shock. Lasst uns loslegen. Sehen wir wirklich in weniger als einem Jahr einen Supply-Shock, einen Angebots-Shock hier in Bitcoin auf uns zukommen? Genau das sagt zumindest folgende Grafik aus. Die aktuell am meistgesehenste und heiß diskutierteste On-Chain-Data, die sogenannte Bitcoin-Liquidity-Inventory-Ratio. Genau darüber möchte ich zu Beginn des heutigen Videos mit euch einmal sprechen. Klarheit über diesen On-Chain-Indikator einmal reinbringen. Wie ist dieser zu bewerten? Wie ist dieser zu interpretieren? Und wie kommt man denn überhaupt auf diesen Indikator? Denn hier fehlen zwei wichtige Bestandteile innerhalb dieser Grafik. Nämlich einmal die Angebotsseite in Form der Sell-Site-Liquidity und zweitens die Nachfrageseite in Form der Accumulation-Addresses. Denn genau daraus entsteht folgende Ratio, die Bitcoin-Liquidity-Inventory-Ratio. Und hier einmal angegeben in Monaten mit 10,9. Und was heißt das denn jetzt? Hier 10,9 Monate. Lasst uns das Ganze mal genauer unter die Lupe nehmen und wir starten mit der Nachfrageseite. Denn das ist letzten Endes hier die Accumulation-Addresses. In diesem Fall haben wir eine gigantische Nachfrage seit dem Launch der Bitcoin-Spot-ETFs hier auf dem Kryptomarkt nach Bitcoin. Wir sehen das wunderschön hier in folgender blauer Grafik einmal dargestellt. Company BTC Purchases. In der Vergangenheit waren es lediglich, in Anführungsstrichen lediglich MicroStrategy und ein paar weitere, vielleicht kleine Unternehmen, von denen wir gar nichts wissen. Doch jetzt mit dem Launch der ETFs kamen die Black Rocks dieser Welt hinzu und haben die Realized Cap, die durchschnittliche, realisierte Marktkapitalisierung von Bitcoin nach oben gezogen. Gigantisch, weil zuletzt in den Regionen, wo der Bitcoin-ETF gelauncht worden ist, standen wir bei 48.000 US-Dollar. Der letzte größere Drop war hier auf 38.000 US-Dollar. Und seither kaufen die Institutionen massiv ein. Wir sehen das vor allem auch in den Bitcoin-Spot-ETF-Flows. Nach letzter Woche, die erste Woche mit ein paar Outflows, nehmen wir in dieser Woche wieder Fahrt auf mit jeder Menge Zuflüsse in die Bitcoin-Spot-ETFs. Von daher Leute, die Nachfrage, die ist weiterhin gigantisch. Geht nach Bitcoin und das vor allem durch institutionelle Anleger. Und hier auf CryptoQuant können wir das Ganze noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Denn hier habe ich eine Grafik für euch, die genau diese beiden Faktoren noch einmal einblendet. Nämlich die Nachfrageseite in Form der Accumulation Addresses, welches letzten Endes hier ausgeblendet worden ist, können wir hier genau verfolgen. Wir sehen einen gigantischen Anstieg in Form der Accumulation Addresses, die weiterhin steigen und einen 30-Tage-Balance-Change jetzt zuletzt aufgewiesen haben von über 222.000 BTC in diesem Fall. Die sogenannten Accumulation Addresses, die aktuell am steigen sind, verkörpern also die Nachfrageseite. Größere Nachfrage, Higher Demand. Was verkörpert jetzt die Angebotsseite? In diesem Fall ist es die Total Sell Site Liquidity. In dieser Grafik hier einmal in Grau zu finden. Die umfassen sämtliche Exchanges, sämtliche Kryptobörsen und deren Bitcoin-Beständen inklusive GBTC, Grayscale Bitcoin Trust. Höchst interessant, denn in diesem Fall haben wir hier auch Sell Site Liquidität in Form der Outflows aus dem Grayscale Bitcoin Trust. Dementsprechend stehen auch hier Bitcoins zum Verkauf da. Wie kommt man denn jetzt letztendlich dann auf diese Inventory Ratio? Indem man dividet die Total Sell Site Liquidität bei dem 30-Tage-Bitcoin-Balance-Change der Accumulation Addresses. Wenn wir das einmal zum letzten aktuellsten Stand machen, sehen wir folgendes. Total Sell Site Liquidity 2,3 Millionen versus Accumulation Addresses 222.000. Nehmen wir 2,3 Millionen durch 222.000, kommen wir auf den Wert 12,146 und das Ganze in Monaten. Was heißt das jetzt konkret? In diesem Fall, nach aktueller Nachfrage mit aktuellen Angebotsdaten, haben wir noch 12,1 Monate Zeit, sämtliche Bitcoin-Bestände hier von den Börsen inklusive GBTC abzuverkaufen, ehe wir kein Angebot mehr haben. Ganz wichtig zu betonen ist hierbei aktuell. Bei aktueller Nachfrage und aktuellem Angebot wird sich von der Nachfrageseite etwas ändern, Leute. Aus meiner Sicht eher weniger, aus meiner Sicht wird das noch mehr. Aktuell Bitcoin-Spot ETFs gelauncht, mehr und mehr institutionelle Anleger fangen an in Bitcoin zu investieren. Demnächst kommen dann noch die Pension Funds, die Pensions Funds hinzu und nicht nur das, ebenfalls gibt es ja nicht nur den US-amerikanischen Raum, Leute. Nein, wir haben ja noch weitere geografische Wirtschaftsräume, wie unter anderem beispielsweise jetzt auch Hongkong. Die Asset Manager, wie unter anderem Value Partners und VSFG haben, die jetzt ebenfalls für einen Bitcoin-Spot ETF ihren Antrag gestellt haben. Was bedeutet das? Aus meiner Sicht, die Nachfrage wird steigen, Leute. Was ist denn mit dem Angebot los? Hatten wir auch schon einmal drüber gesprochen. Müssen wir natürlich jetzt auch auf das bevorstehende Bitcoin-Having blicken. In diesem Fall werden aktuell 6,25 BTC ausgeschüttet, alle knapp 10 Minuten. Roundabout kommen wir da auf 900 BTC am Tag, die durch die Miner als Angebot auf den Markt kommen. Doch Leute, das wird sich jetzt mit dem kommenden Halving in gut drei Wochen, Mitte April ist es soweit, noch einmal halbieren. Dann bekommen wir eine Tagesleistung, ein Tagesangebot auf den Markt von 450 BTC, was natürlich das Angebot schmälert. Dementsprechend steigende Nachfrage, sinkendes Angebot. Die Nachfrage der Bitcoin-Spot ETF ist aktuell bereits zehnmal höher, als letzten Endes das Angebot darstellt. Dementsprechend wird dieser Faktor auch noch einmal hochgehen, Leute. Noch mehr Nachfrage im Vergleich zu einem sinkenden Angebot. Was sollte da mit dem Bitcoin-Preis passieren? Richtig einfachstes Marktprinzip, Angebot und Nachfrage. Der Bitcoin-Preis sollte gigantisch durch die Decke gehen, Leute. Noch viel interessanter wird diese On-Chain-Data, wenn man jetzt nur US-Börsen und GBTC in Betracht zieht. Also sämtliche Non-US-Exchanges ausklammert. Denn dann wird diese Liquidity-Inventory-Ratio noch kleiner und geht auf den Tiefstand bei 6,29 Monaten. Was heißt das? In knapp über sechs Monaten sollte bei gleichbleibender Nachfrage und gleichbleibendem Angebot soweit erst einmal der Supply-Schock auf den US-Börsen einsetzen. Was bedeutet das? In diesem Fall wirst du keine Möglichkeit mehr haben, Bitcoin auf US-Börsen zu kaufen. Entweder machst du das Over-the-Counter oder der Preis von Bitcoin steigt so hoch an, dass Menschen wieder bereit sind, ihre Bitcoins zu verkaufen. Und darauf wird es hinauslaufen, Leute. Mittel- bis langfristig wird es aus meiner Sicht also den Bitcoin-Preis weitergehen. Norden treiben ein weiterer Indikator, der darauf hinweist, es ist alles angerichtet für eine Fortsetzung dieses Bullenmarktes. Wenn du jetzt Fragen hast zur bisherigen heutigen Analyse, schreib sie mir gerne in die Kommentare oder nutze auch gerne unsere kostenlose Telegram-Gruppe. Link in der Videobeschreibung für dich zu finden. Dort hast du die Möglichkeit, dich tagtäglich mit über 3.700 Mitgliedern auszutauschen und auch zwischen diesen Videos mit mir in Interaktion zu treten. Und wir fokussieren uns jetzt noch einmal abschließend auf das kurzfristige Chartbild, sowohl von Bitcoin als auch von Ethereum. Starten wir rein in die kurzfristige Bitcoin-Analyse. Natürlich wie immer mit einem kurzen Recap zu unserer gestrigen Analyse. Hier hatte ich euch vor einem Short Squeeze gewarnt. Der gigantische Short Squeeze, der ist noch ausgeblieben. But don't worry, wenn ich mir das Chartbild so anschaue, dann steht dieser noch bevor. Wir konnten nur ein wenig Liquidität abgreifen, aber das Frontrunning hier vor US-Börsen-Opening auf Basis der Inflow-Zahlen der gestrigen oder in diesem Fall vorgestrigen Inflow-Zahlen der Bitcoin-Spot-ETFs, das hat definitiv stattgefunden. Zum Aufnahmezeitpunkt des gestrigen Videos standen wir in diesen Kursregionen. Wir sehen das Frontrunning, bilden sogar kurzfristig ein höheres Hoch und greifen damit interessante Liquidität ab über Level, die wir gestern ebenfalls gesprochen haben, nämlich das Medium Leverage Short bei knapp 71.600 US-Dollar und das interessante Liquidation Cluster hier aus 7-Tages-Chart-Sicht bei 71.700 US-Dollar, was hochreicht, bis 71.800 US-Dollar. Wir greifen diese Liquidität ab, doch ihr seht, was im Anschluss passiert ist. Wir werden im Anschluss mit dem US-Börsen-Opening direkt abverkauft. Worauf ist das zurückzuführen? In diesem Fall gab es Neuigkeiten zum Rechtsstreit Coinbase vs. SEC. In diesem Fall hat das Gericht gestern bekannt gegeben bzw. entschieden, dass die SEC hinreichend argumentiert hat, dass Coinbase als Wertpapierbörse operiert und über sein Staking-Programm am nicht registrierten Angebot von Wertpapieren beteiligt ist. In diesem Fall ganz, ganz wichtig, Leute, das ist noch kein Gerichtsurteil. Das ist nur eine Entscheidung, ein Beschluss des Richters, dass die SEC mit diesem Rechtsstreit weiter vorgehen kann. Natürlich hat das wieder jede Menge Panik hier kurzfristig auf dem Markt ausgelöst, weil einige Menschen wieder Paperhands waren, nervös geworden sind und aus dem Nichts wieder ihre Bitcoins verkauft haben. Keine Ahnung, wieso man das macht, Leute. Vielleicht habt ihr eine Erklärung dafür. Wir werden kurzfristig abverkauft. Wo finden wir dann ganz, ganz schnell wieder Support, Unterstützung an unserer signifikanten und wichtigsten Preismarke aktuell aus den High-Time-Frames übergeordneten Chartbildern, 69.000 US-Dollar-Marke. Und auch in der Tagesschart sehen wir dann den erfolgreichen Tageskerzenschluss erneut über der 69.000 US-Dollar-Marke. Was hat das jetzt mit dem kurzfristigen Chartbild von Bitcoin gemacht, Leute? Gar nichts. In diesem Fall sprechen wir immer wieder darüber, die Strecke B zu unserem Ziellevel C, die ist vollkommen willkürlich. Hier kann alles passieren, was der Markt machen möchte. Er kann direkt durchziehen in die Ziellevel, er kann in unseren Wendebereich durchziehen, er kann konsolidieren. Alles, was hier zwischen stattfindet, auf gut Deutsch gesagt, nicht predictable, nicht vorhersehbar und für mich daher auch scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Was vorhersehbar ist für mich, sind in diesem Fall diese Wendebereiche. Das heißt, wir befinden uns immer noch auf der Strecke B zu unserem Ziellevel C. Ziellevel C nicht abgearbeitet, dementsprechend ziehen wir uns einfach ein neues sogenanntes BC-Korrektur-Level. Ganz klar nach Regelwerk des SK-Systems und kommen dann auf einen interessanten Wiedereinstiegsbereich, sollte der Markt noch einmal kurzfristig fallen. 67.000 US-Dollar reicht runter bis 65.400 US-Dollar. In diesen Regionen gehe ich dann aller, aller spätestens wieder von der nächsten Trendwende in Bitcoin aus, um dann final in diese Ziellevel bei 74.300 US-Dollar hoch bis 77.000 US-Dollar hochzustechen. Und auch dann, Leute, kommt genau das, worüber wir gestern gesprochen haben, nämlich der gigantische Short Squeeze mit dem Liquidation Cluster bei 74.000 US-Dollar startend und reicht hoch bis über 75.000 US-Dollar. Das ist für mich weiterhin die interessanteste Marke und das nächste Ziel hier für Bitcoin. Also noch einmal kurz und prägnant zusammengefasst. Am Chartbild von Bitcoin hat sich aufgrund dieser kurzfristigen Price Action überhaupt nichts verändert. Meiner Sicht kam nur noch eine weitere bullische Bestätigung hinzu. Aus Sicht der Tagesschart haben wir einen erneuten Tageskerzenschluss oberhalb der Marke von 69.000 US-Dollar reinbekommen. Wir standen kurzzeitig drunter, wurden aber wieder direkt aufgekauft und sehen jetzt erfolgreiches Follow-Through-Move. Und das ist soweit, erst einmal positiv zu bewerten. Für mich die weiteren nächsten Ziele finden sich hier in Region 74.3 und reichen hoch bis 77.000 US-Dollar. In Ethereum schauen wir uns einmal kurz an, was da passiert ist. Darüber hatten wir ebenfalls gestern gesprochen. Auch hier haben wir Strukturen, in der der Markt aktuell verläuft. Bullische Strukturen mit Zielleveln oberhalb des letzten Jahreshochs. Jahreshoch bei 4.093 US-Dollar. Ziellevel starten bei 4.100 US-Dollar und gehen hoch bis 4.300 US-Dollar. Während das Chartbild von Bitcoin folgendermaßen aussah, dass wir nicht in unser BC-Korrekturlevel reingestochen sind, ist das genau der signifikanteste Unterschied im Vergleich zum Chartbild von Ethereum. Denn siehe da, was ist passiert, Leute, genauso wie wir es gestern analysiert haben, trifft der Markt bei der Korrektur auf sein sogenanntes BC-Korrekturlevel. War ganz klar durchgegeben. 3.464 US-Dollar reicht runter bis 3.392 US-Dollar. Ihr seht, was passiert. Der Markt sticht einmal kurz rein, gibt noch einmal den Retest. Yala, Abfahrt. Von daher an dieser Stelle schon einmal Happy Profits. Schauen wir uns einmal kurz das untergeordnete Chartbild hier von Ethereum an. Aktuell haben wir noch tiefere Hochs und hier aktuell tiefere Tiefs. Nur im kleineren Timeframe, 30-Minuten-Chart, haben wir jetzt angefangen, etwas Neues, Bullisches hier aufzubauen. Ich sage es immer wieder, Leute. Verfallt nicht dazu, zu tief in den kleineren Timeframe irgendwelche Strukturen zu finden und die dann zu traden. Vor allem, wenn wir noch keine klare Bestätigung in Form von eines höheren Hochs haben. Soweit erst einmal festzuhalten. Kurzfristige Ziellevel hier abgearbeitet. Es wird interessant, was der Markt in seinem nächsten Bullischen Wendebereich hier dann macht. Nämlich das Gesamtkorrekturlevel dieser kleinen Struktur. Ist für mich aber soweit kein Trading Level. Aufgrund dieser fehlenden Bestätigung eines höheren Hochs. Und wir soweit erst einmal sowieso hier innerhalb dieses grünen übergeordneten Wendebereiches noch einmal auch rein dürften. Dementsprechend, wer alles hier eine Longposition eröffnet hat, ist in dieser Longposition drin. Sollte auch bereits Break-Even sein. Happy Profits. Und das ist soweit Ethereum. Ethereum abwarten, höhere Hochs bilden, dann kann man hier auch untergeordnet weiter traden. Ansonsten hast du einen wunderschönen Einstieg gefunden, der aus meiner Sicht ebenfalls auch hochreichen könnte. Tatsächlich 4100 hoch bis 4300. Und das ist soweit erst einmal die Chartanalyse noch zu Bitcoin und Ethereum. Und ich hoffe, ich konnte jede Menge Mehrwerte mit diesem heutigen Video liefern. Falls dir das Video gefallen hat, gerne den Like-Button smashen. Falls du neu bist hier auf der Crypto Wall Street, gerne rein abonnieren. Tagtäglich von diesen Informationen profitieren. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus einsteuern. Oder auch gerne das Video mit Freunden, Bekannten oder in diversen Gruppen teilen. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal ein wunderschönes Osterwochenende. Ich werde euch natürlich auch stets up-to-date zwischen Ostern halten. Deswegen, wir hören uns morgen wieder. Macht's erstmal gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.